und so können sie ihren fisch vor zwei bis drei wochen im kühlschrank lagern bis sie dann eine soße oder suppe daraus herstellen das heißt wie geht es jetzt mit dem fischfond und dazu brauchen wir erst mal fischkarkassen und die habe ich hier schon gewässert ist es wichtig habe also hier hauptsächlich flossen hat das fleisch habe die gräten mit eingesetzt jetzt stelle ich das wasser ab und gieße diese gespülten karkassen durch ein sieb die soll also ein bisschen abtropfen weil die werden jetzt gleich angeschwitzt sie sehen schon wie die aussehen diese karkassen so bevor sie jetzt angeschwitzt werden gebe ich erst mal einen schuss olivenöl in den topf und jetzt kommen die karkassen mit dazu sie sehen schwitzt also jetzt so ein kleines bisschen an bis es dann so ein paar röststoffe gibt und in der zeit kann ich jetzt schon mal die gemüse vorbereiten das heißt sie sehen schon auf meinem tellerchen ich habe hauptsächlich weiße oder ganz hellgrüne gemüsesorten verwendet und hier geht es darum dass man einfach so ein paar stücke schneidet zwiebel kann ruhig noch ein bisschen was mit dazu wirklich ganz grob ich habe ein stangensellerie der eignet sich auch hervorragend gibt einen guten geschmack auch da so ungefähr ein bis zwei zentimeter stücke also das ist wirklich da gar nicht kommt es gar nicht darauf an dass sie wirklich die feine die feinen würfel haben etwas fenchel wer kein fenchel hat kann er ohne weiteres auch fenchelsamen mit rein geben und ich brauche noch ein bisschen chili mit zwei streifen würden hier reichen eine angedrückte knoblauchzehe so und jetzt sehen sie hier noch zwei wurzeln das ist einmal die petersilienwurzel und einmal die paste nacke und jetzt die frage an sie woran wie unterscheiden sich die beiden wurzeln und da habe ich immer was mitgebracht das heißt einmal die paste nacke da wächst letztendlich dass die wurzel wieder zum stiel ansatz zum blatt grün rein bei der petersilienwurzel ist es so dass praktisch das fleisch nach oben wächst also die das petersilienwurzel fleisch und dann direkt daraus die petersilien das petersiliengrün herauswächst da schneide ich auch noch ein paar scheibchen mit der petersilienwurzel und jetzt ist auch schon soweit meine sind meine karkassen ein bisschen angebraten jetzt kommt das gemüse mit dazu so alles auf einmal mit hinein mit knoblauch mit allen weißen gemüsen lauch würde zum beispiel auch da passen je nachdem wie viel zwiebel sie haben da habe ich noch zwei stückchen verloren gut dann wenn sie haben noch ein paar stängelchen von den kräutern habe jetzt ein bisschen dill mit dabei und was ganz wichtig ist lorbeerblatt kommt auch mit dazu gut der nächste schritt wäre jetzt dass ich die gewürze hinein gebe ich habe hier pfefferkörner also acht zehn stück ich habe koriander koriander auch hier die samen wenn sie jetzt keinen fenchel hätten habe ich hier noch mal ein paar fenchelsamen ansonsten ist alles drin lorbeer ist drin und jetzt gieße ich mit nollibrat so ein weißwein weiße sage ich schon ein wehrmut oder auch mit weißwein auf sorgt für geschmack ein bisschen säure und ich hole mir jetzt noch ein wasser das heißt ein liter wasser ungefähr aufgegossen und jetzt ist der fisch von soweit angesetzt dass er jetzt ungefähr eine halbe stunde ganz langsam aufkocht oder hoch zieht von der temperatur und damit haben wir den vorteil dass wirklich alle geschmäcker in die flüssigkeit übergehen also in das wasser in den weißwein da brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß rühren ich schalte die platte auf kleine stufe zurück wie gesagt das dauert jetzt eine halbe drei viertel stunde auch manchmal und dann werden wir nachher gleich schauen was unser fisch von macht und wie man dann weiter bearbeiten die halbe stunde ist jetzt vorbei und wir gucken mal in den topf zum fisch von und sie sehen schon da hat sich jetzt ein schaum entwickelt hier am rand und den schöpfe ich jetzt erstmal ab heißt ich kann da so ein bisschen eine kreisende bewegung machen und nehmen jetzt den schaum hier an der seite mit auf so dass der so hinein schwappt in den in die schöpfkelle so sieht es aus dann habe ich hier diesen schaum schon mal weggenommen und das sorgt dafür dass unser fisch von nachher umso klarer ist so jetzt geht es darum dass ich den topf wechsel ich habe also hier einen noch vorbereitet der kommt jetzt hier hin dazu ein sieb und ein passiertuch und jetzt gieße ich diesen fond hier mit hinein wenn sie jetzt fragen oh gott kann ich dieses tuch jemals wieder verwenden dann sage ich ganz klar natürlich es gibt spezielle passiertücher das sind so leinen tücher die waschen sie hinterher ganz normal durch gar kein problem die können sich ein bisschen verfärben je nachdem welchen fond sie abfüllen aber ansonsten wäre das ihr tuch um solche fonds brühen abzuschütten und damit haben sie natürlich überhaupt keine partikelchen in ihrem fond das ist wirklich so ein kaffee filter eigentlich und sie sehen was jetzt hier an wunderbaren gemüse zurück bleibt wo aber der geschmack komplett ausgelaugt ist in unseren fond gut dann stelle ich jetzt mal hin rüber so wenn sie jetzt zum beispiel wenig abläuft vielleicht auch diese poren sich so ein bisschen verschlossen haben dann ziehen sie das tuch so ein bisschen rüber dass wieder frisches tuch da ist und da sehen sie schon wie es durch läuft durch diesen sieb und durch das tuch so und jetzt sind wir auch eigentlich da schon soweit fertig ich gebe das noch kurz hier rüber ohne vertropfung so den kochen wir jetzt noch mal ganz kurz auf und dann füllen sie diesen aufgekochten fischfond in ein glas das heißt in ein schraubglas reingefüllt verschlossen und dann umgedreht zum auskühlen aufgestellt also so auf alle fälle zwei bis drei wochen haltbar und jetzt sage ich ran ans fisch vom kochen viel spaß bei allen fischsoßen oder suppen und viel spaß bei allen fischsoßen oder suppen und viel spaß beim nachkommen